Du bist riesig, Bro. Aber kannst du es bitte beeilen? Bitte? Oder soll ich irgendwas tun, nachzuhelfen? Vielleicht Radio machen? Brauchst du schöne Musik? Hier ist eine schöne Musik. Dance ein bisschen mit mir, Bro. Dance ein bisschen mit mir. Oh, oh. Ich glaube, er macht dasselbe noch mal. Er macht dasselbe noch mal. Okay, wir können auch Freunde sein. Okay, so. Ich bin so glücklich, wir sind Oma, komm. Oh Gott, ich kann nicht glauben. Was, Leute? Mein Name ist Danny. Tschüss, Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin wieder Suicide Guy. Wo wir uns weiter töten werden, damit wir aufwahren. Denn wie ihr sehen könnt, unser Bier fällt gleich Sonntag. Oh, hell no. Und das wird ziemlich tragisch. Ich meine, dieses Bier ist viel wertvoller Amerikaner, okay? Ich meine, das ist ein Bier. Es ist Feierabendbier. Und das Bier ist der komplette Feierabend. Einfach beschissen. Deswegen, lass uns weitermachen und versuchen ihn zu retten, indem wir uns im Traum selbst töten. Okay, Leute, ganz kurz, bevor wir loslegen. Und zwar bei 3.000 Likes in der Stunde lade ich euch schnell wie möglich die nächste Folge hoch, weil wir haben noch einige Level vor uns, okay? Einige sehr viel Level. Obwohl, das war kein vernünftiger Satz. Okay, wir sind in unserem Traum quasi Koch und jede Mahlzeit, die wir vorbereiten müssen, ist quasi ein Level. Zum Beispiel am letzten Mal war es so eine Art Portal-Level, dann war es so eine Art Mario-Level oder was auch mal das war. Oh yeah, baby. Oh! Und jetzt habe ich hier diesen Leuchtturm. Was auch immer das sein soll, vielleicht müssen wir auf dem Boot ertrinken oder so eine Art. Es wäre irgendwie ziemlich witzig, müssen wir auf dem Boot ertrinken, ehrlich gesagt. Aber, oh Gott, das ist irgendwie ein bisschen romantisch. Ich meine, nur du und ich hier... Okay, sorry. Oh, wir haben eine Schauto gefunden, Leute. Die sind ziemlich gut für irgendwas, Sammelteile oder so. Ähm, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist ein Eisberg, Titanic, stimmt's? Oh shit, baby. Ich habe die Lampe gestört, kann das sein? Tut mir leid, es tut mir leid, Buddy, wirklich. Dreh es einfach, damit es gegen den Eisberg kommt, stimmt's? Liege ich richtig? Ich muss richtig liegen. Oh shit, baby, schau dir das mal an. Warte mal, warte mal. Oh, baby. Holy shit, du mal. Fährst du jetzt da lang, ja, ne? Könnte aber eine Zeit lang dauern, bis wir dort ankommen, oder? Ich glaube, ja. Hier ist die Lampe? Bro. Oh shit, baby, let's go. Sieht aus wie ein riesiger Wald oder so. Oder nicht, sieht aus, als würde irgendwas da leben, oder so. Verdammt komisch. Äh, soll ich da irgendwas... Ah, natürlich, 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 die Lampe. Ich meine, die Glühbirne, ist klar, ne? So, und jetzt? Hä, bin ich nicht in der Lage... Oh shit, baby. Warte mal, warte mal, warte mal. Ist das die richtige Richtung? Ich glaube, irgendwie ja weniger, Leute. Na, bisschen nach da vielleicht. Ich weiß nicht, was da gerade geschieht, Leute. Oh shit. Was für eine komische Art, selbst umzugehen, ist das bitte? Was haben wir getan? Warte mal, durch die Wärme ist der Eisberg geschmolzen, stimmt's? Ich gehe mal davon aus. Ähm... Und was jetzt? Oh shit, ich sehe schon eine Flut, oder? Oh shit, ich sehe schon eine Flut, weil der Eisberg geschmolzen ist. Oder auch nicht. Oh, da ist ein weiterer. Hä? What? Okay. Das steuere ihn halt eben auch. Und der Eisberg... Ist der geschmolzen? Oh shit, baby, er ist geschmolzen. Ja. Es bildet sich so eine Art Flut, oder so. Was ziemlich tödlich ist, Leute. Sehr, sehr tödlich. Oh, du bist ein Wal. Ich wusste es. Du bist gar kein... Ich wusste, dass du ein Wal bist. Ich wusste es. Ich wusste es. Hey, buddy. Na, ist klar bei dir? Du bist ganz schön angepasst. Du magst kein... Kein Licht, oder? Der Typ ist riesig, okay? Mit dem wollen wir uns lieber nicht erlegen. Alter Schwede. Was zum Teufel war das? Oh, oh. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, er wird gleich unter mir erscheinen. Kann das sein? Ich glaube, er wird gleich unter mir erscheinen, Leute. Oh, shit. Oh, my God. Ist das lächerlich. Oh, shit. Er hat zerstört. Er hat zerstört, Freunde. Oh, shit, Baby. Wo bist du? Ich sehe dich. Was tut dir vor? Bitte nicht töten. Obwohl, doch, doch töten. Richtig, doch töten. Natürlich töten. Oh, my God. Oh, ich habe geblinzelt. Ich habe einfach nur geblinzelt. Hi. Das ist so verdammt episch. Töte mich endlich. Mann, ich will aufwachen. Okay? Alter, das braucht so lange, ne? Ist ja unnormal, wie lange der braucht, um mich zu töten. Du bist riesig, Bro. Aber kannst du es bitte beeilen? Bitte? Oder soll ich irgendwas tun, nachzuhelfen? Vielleicht Radio machen? Brauchst du schöne Musik? Hier ist eine schöne Musik. Dance ein bisschen mit mir, Bro. Dance ein bisschen mit mir. Okay, Leute. Ich habe meine Lampe jetzt gefunden. Und zwar habe ich es dreigetan. Jetzt können wir mit der Lampe auf ihn zeigen. Oh, shit. Genau ins Auge. Der Typ muss so lange bist sein. Wenn du mich jetzt nicht tutest, habe ich keinen Plan mehr, Bro. Oh, shit. Sieht ganz aus, als würdest du mich töten wollen. Oh, Gott. Okay. Oder auch nicht. Oh, oh. Ich glaube, er macht dasselbe nochmal. Er macht dasselbe nochmal. Okay. Wir können auch Freunde sein. Okay. Ich glaube, er hat uns gegessen, Leute. Wir sind aber zum Glück irgendwie gestorben. Erste paar Donuts. Gib mir einfach die ganzen Donuts. Gib mir die Donuts und Burger. Alles meins. Bei dem nächsten Level sehen wir... Was ist das? Ein Schloss? Ist das ein Schloss oder so? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. Es ist ein Schloss. Warte mal, wie viele Level gibt es hier überhaupt? Also die letzten Level sind so 22 und so. Ziemlich krass auf jeden Fall. Und wir sind gerade bei... 9. Okay. Gehen wir rein. Und schauen mal, was es hier geht bei diesem Schloss. Oder was auch immer das sein soll. Oh, shit, Baby. Wie geil ist das denn? Wo sind wir? Das ist ziemlich hoch da oben. Soll ich von da oben springen? Wenn ja, tue ich gerne. Ich bin schon mal im ersten Level von irgendwas gesprungen. Von dem Hochhaus. Einfach hier entstellen. Achso, hier muss ich landen. Natürlich. Macht sehr viel Sinn. Also wird es quasi so ein Parcours sein. Kann das sein? Ich glaube, ja, Leute. Musik? Musik anmachen natürlich. Auch wenn ich gar nichts höre von dem Radio. Warte mal. Hier komme ich schon mal nicht rein. Komme ich hier hoch? Bro, nein. Oh, wir haben hier eine Kiste. Was sehr gut ist. Die könnte uns wirklich behilflich sein. Yes, Baby. Let's go. Das Abenteuer beginnt. Jump. Und nur noch hier. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst, oder? Yeah, Baby. Der Typ kann so gut klettern. Also dafür, dass er so einen dicken Bauch hat. Okay. Und dass er faul wie keine Ahnung was ist. Er kann verdammt gut klettern. Besser, als ich jemals werden kann. Oder wie auch immer. Wo bin ich jetzt? Okay, Wasser. Ich sehe es. Ich sehe es. Soll ich mich nicht tränken, oder was? Oh, hier ist eine Box. Okay. Ich sehe, was du vor hast, Buddy. Oh, shit, Baby. Irgendwie. Moment mal. Irgendwie hoffe ich mir, dass es hier Fallen gibt. Aber dann würde ich ja früher sterben, als ich darf. Ich meine, das ist hier. Ich sehe es hier zu sterben. Manchmal ist es wirklich schwerer zu sterben, als das Level zu schaffen. Okay? So ist es manchmal. Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist Wasser. Okay. Ich sehe, was du vor hast, Buddy. Ich glaube, ich muss das Teil mitnehmen, oder? Ich glaube, ich muss das Teil mitnehmen. Kann ich immer noch klettern? Oh, shit, Baby. Ich kann mich zwar nicht mehr hochziehen, aber ich kann auch ganz normal hier rüber springen. Oh, Baby. Let's go. Alter, dafür. Boah, diese Boxen sind aber riesig. Aber wortwörtlich riesig. Äh, soll ich die einfach so lassen? Nee, nee, nee. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich muss die so ein bisschen weit... Oh, ich kann die schieben. Alter, schwierig. Ich bin vor allem nicht nur gut im Klettern, sondern auch verdammt gut im, keine Ahnung, schieben und so. Also, ich bin allgemein verdammt gut. Ich bin einfach der Beste, den ist jemals jemand im Leben. Okay, kleiner Spaß. Okay, einfach hier hoch. Und jetzt müssen wir einfach nur beten, dass wir richtig positioniert haben. Richtig? Yeah, Baby. Let's go. Und hier. Und hier. Hué. Okay, alles Bessens. Oh shit, hier fehlt es noch. Okay. Also, es ist nicht wirklich schwer. Man muss nur die Teile richtig positionieren. Bam. Oh nein. So vielleicht? Ein bisschen näher, genau. Ja, so könnte es gut sein. Definitiv. Oh, wir haben es geschafft. Alter Schwede, wo sind wir jetzt? Wie hoch sind wir jetzt überhaupt? Bro, was ist das für Räuche? Das hört sich zum Glück so gar nicht bedrohlich an. Okay. Warte mal, was ist das für Räuche jetzt ohne Witz? Soll ich hier hochklettern? Warte mal, was bringt mir das? Ich bin hochgeklettert. Oh my... What? Oh nee, hier geht es gar nicht lang, ne? Hä? Soll ich hier sein? Es ist irgendwie so eine Stelle, wo ich mir denke, so ich kann hier niemals... Also, es kann niemals so sein, dass es das hier wirklich der Ausweg ist. Aber vielleicht gibt es hier auch mal irgendwas zu finden. Warte mal, warte mal. Ich sehe es gerade. Da ist der Höhle. Oh shit, Leute. Wir haben irgendwas gefunden. Let's go. Einfach nur, dass du hier durch bist mit deinem Bauch, okay? Aber hey. Ich meine, ich kann verstehen, wieso du so einen Bauch hast. Donuts sind wirklich, wirklich lecker, okay? Aber gut, wie auch immer. Ähm... Was zum Teufel? Nach links? Ich habe gerade wortwörtlich keine Ahnung, wohin ich hier gehe, okay? Also, wenn du es weißt, sagst du mir lieber, okay? Ich kann dir gar nichts sagen. Einfach hier weiter gesagt aus. Gehen wir überhaupt den Turm hinauf oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Oh, wird es gerade heller? Ich glaube, es wird gerade heller, Leute. Und wo lang soll ich gehen? Ich gehe nach rechts. Keine Ahnung, wieso. Wo bin ich? Mehr Parcours. Okay, langsam sieht es so aus, als würden wir dem Ende nahe kommen. Ja, das ist ein absolutes Parcours-Level. Aber der Typ kann für seine Kletterskills, er mache ich gerne so ein Parcours-Level, okay? Und oben sind wir. Oh, ich spüre langsam, wie wir immer und immer höher kommen. Einfach nur ein Traum wird wahr. Und es wird immer kälter hier. Meine Güte, kannst du mal die Einzug aufstellen, bitte? Wir gehen die Zeppen hoch. Das sieht sowas von nach dem Ende aus, Leute. Endlich können wir springen. Ich bin so glücklich, wie es noch oben ist. Kommt. Oh Gott, ich kann nicht glauben. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Schaut es an. Oh shit, ein weiteres Mal springen. Okay, okay, warte mal, warte mal. Ich muss... Wo ist das Ziel? Oh, ich muss das... Wie wäre es, wenn ich das Ziel sehe, bevor... Okay, ich springe einfach, ich springe einfach, ich springe. Ich tue es. Oh. Meine Güte. Wieso muss man immer sich selbst töten in diesen Träumen? Okay, ich verstehe es nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen. Oh, es geht ums Bier. Oh shit, habe ich voll vergessen. Dann ist es natürlich dafür wert. Eine Tastatur. Einfach so random, eine Tastatur. Wir gehen einfach rein. Und schauen uns an, was diese Tastatur machen wird. Holy moly. Aber das ist gut. Hier gibt es Donuts, Bro. Hier arbeite ich gerne, okay? Überall, wo es Donuts gibt, arbeite ich gerne, okay? Ich mag diesen Traum. Ist halt so wie ein normales Leben. Wir arbeiten in einem Büro. Okay, wie tut man sich in einem Büro am besten? Oh, ich habe eine Startup bekommen. Tatsächlich cool. Geht es hier rein? Irgendwie nicht, oder? Bro, da geht es irgendwie nicht. Wenn ich da rein, keine Ahnung, wieso. Warte mal, Heizung. Okay, könnte er explodieren. Äh, Wasser. Okay, dadurch könnte ich ertrinken. Obwohl, wahrscheinlich eher weniger. Spring! Yes, baby. Ich spring einfach. Kannst du das aufmachen, bitte? Komm schon. Warte mal, hast du schon wieder springen? Das würde keinen Sinn machen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wieder springen müssen, Leute. Oh shit! Ah, der PC fängt an zu brennen. Wieso fängt, wieso zum Teufel? Wieso fängt der PC an zu brennen? Ach so. Okay, okay, lass mich das klären, okay? Ich weiß, was ich hier tue. So zumindest 2%. Hey, ist da jemand drin, der helfen kann? Ah, das Wasser fließt hier ab. Da kann man jetzt zum Beispiel irgendwas hinstellen, oder nicht? Irgendwas wie zum Beispiel das hier kann man hier hinstellen. Ich gehe mal davon aus, oder? Weil was anderes fällt mir jetzt nicht ein. So. Und das Loch wurde gestopft. Okay, ich sehe es. Oh shit! Oh shit! Was zum Teufel? Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Und der PC brennt. Okay, wie auch immer, spielt keine Rolle. Aber gut, Leute, ich werde die Folge von mir stehen lassen. Also für mehr davon lassen, Like. Da, falls es bis dahin geschafft hat, schreibe, ertrinken in die Kommentare. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye! Danke für das so eine Schaue des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und wenn du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und wenn du schon abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs so eine Schaue und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!